willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge der cash of hands mit mir im torsen ich habe es ja gestern gesagt ich bleibe einfach mal sitzen und nehme jetzt am anderen device auch das seht ihr immer dann wenn die ränder rechts und links da sind dann bin ich meistens an einem mobilen device und will auch ganz gerne ein bisschen was mit euch machen mal sehen ob wir hier wenigstens gewonnen haben ich muss ich möchte ganz gerne mit dem alex muss ich sagen wieder verloren die 3000 pokal hier haben im nachtdorf das gibt nämlich 1000 gems solltet ihr euch nicht entgehen lassen je nachdem wie hoch hier in dem rathaus hier seid aber ich war glaube ich schon mal ganz ganz nah dran seht ihr das 60 punkte war schon mal dran an den 1000 gems naja wir wollen aber was im tagdorf machen und ich wollte schon so ein bisschen vorgreifen jetzt fürs wochenende irgendwann ist der liga start wie spielen wir eigentlich liga eigentlich habe habe ich ja immer eingeladen zum liga spielen in den einen oder anderen clan das kann ich dieses mal nicht wirklich machen ich werde euch das kurz erklären hier bei den herausforderern spielen wir ja in der master league 3 das heißt also hier werden wir 13 und zwölfer spielen wir haben nicht so viel 13 ist und ist ein guter mix aber ich glaube für die meisterliga hier ist das in ordnung aber alle anderen accounts beziehungsweise alle anderen rathäuser sind dann ja immer in andere clans gegangen je nachdem wer da wo sein stammplan hat und im moment ist es so dass wir im clan deutschland da habe ich jetzt auch schon den bänder aktiviert der weiß bescheid den klar habe ich geschlossen da steht jetzt im moment nur liga dran da hatte ich eigentlich immer eingeladen so spielt mit 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 uns liga aber ich glaube gold liga 1 ist auch nicht mehr so mit den ganz vielen low accounts zu schaffen und wir haben da mal 30er gespielt und die waren immer sehr sehr schwierig die man sehr sehr schwierig im moment wird es erstmal so sein dass wir mit mit einer kleinen masse von den herausforderern hier in den clan gehen und ich werde dann über mein discord fragen wer hat noch kapazität vielleicht noch neuner oder noch ein zehner oder so um die cwl hier zu spielen ich denke mal vielleicht spielen wir auch nur 15er denn 30er sind in den wenn es ein kleines stück höher geht ich meine gold liga 1 ist jetzt nicht so ultra hoch aber das ist schon jetzt so crystal 3 crystal 2 gold liga 1 da ist nicht ganz einfach mit 30 zu bestehen da müssen die 30 auch schon ganz nett sein also mit rathaus acht leute das könnt ihr hier gänzlich nicken kann ich euch sagen und auch so ganz kleine neuner mit irgendwie weiß ich nicht 5er king und 2er queen oder so ist ein no go hier habt ihr keinen spaß das ist es ja ihr wollt ja auch ein bisschen spaß haben und dann immer nur stärkere angreifen und ihr holt keine sterne das sind auch ein bisschen doof jeder möchte ja so ein bisschen seine seine sterne holen seine marken am ende kriegen und deswegen das mal nur so als information ich hatte das gestern nicht nicht mehr mit reingebracht das wäre mir gestern ein bisschen zu lange gewesen deswegen habe ich das diesmal in dieses video eingebracht aber ich habe nicht umsonst die narbe gelaufen und ich habe nicht umsonst meinen rathaus 10 geladen immer noch ein bisschen was live machen wir heute noch ein bisschen was live im rathaus 10 bereich der alexi ist glaube ich sogar mein charakter der die meisten ck sterne hat mit 1920 der donnerben hat zwar das gleiche dorf ist auch gleich fast sogar gleich von den mauern her 76 glaube im donnerben sind es noch 78 aber ich weiß gar nicht warum ich mit dem nie so gut spiele vielleicht spiele ich mit dem in etwas ich will nicht sagen höheren clan der dann auch schon andere ck spielt als in dem clan wo ich mit dem alex jetzt immer drin war da war ich in etwas kleineren clans und habe da eigentlich immer drei sterne geholt das ist vielleicht der unterschied aber hier bei den herausforderern könnte das noch mal den unterschied machen heute mal sehen ich habe mir die 10 markiert ihr seht der gegner auch der gegner hat schon angegriffen ich habe zwei nagelneue rathaus 10er basis halten echt gut die erste schon mal gedreiert und barfuß auch nein ach komm scheiße man und auch noch nummer zwölf weiß auch noch so ein honk hier naja egal war das ärgert mich jetzt schon wieder da könnte ich schon wieder kotzen weißt du freust dich immer auf so eine neue ck base hast irgendwo eine gefunden bisschen modifiziert oder macht der gegner da trotzdem schon mal drei drauf vielleicht war sie auch zu bekannt aber eigentlich nehme ich mir nie so ultra bekannte basis also die sind dann vielleicht ein paar tage älter aber da kann man sich da nicht mehr daran erinnern ist ja egal das das wurde mich schon wieder das wurde mich echt muss ich mal so sagen muss ich gleich mal analyse betreiben aber wir nehmen den her erstmal mit und zwar auch mit einer truppe die ich eigentlich auch nicht wirklich kann also bei den bei den best clashern versage ich mit dieser truppe immer ich bin jetzt mal gespannt wie mir das jetzt hier gelingt oder nicht gelingt aber ich kriege ich habe das jetzt schon ich habe das jetzt in meinem hinterkopf weiße scheiße drei sterne kassiert toll 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 drei sterne kassiert naja was willst du machen was willst du machen wir nehmen hier unseren kokonat und nehmen hier ein paar heiler mit rein hier den kleinen baby drachen dass er den bogenschützenturm dort denkt und ich nehme jetzt mal hier schon mal mein king dass er da ein bisschen aufräumt damit meine queen nicht nach außen rennt egal welches außen ich jetzt meine und gucken wir mal ich habe einen sprung dabei nicht dem king helfen queen nein du sollst nicht dem king helfen du sollst da reingehen okay da soll es reingehen für die queen hier und ich hoffe das gelingt mir noch die darf jetzt auf gar keinen fall zu irgendeiner anderen seite gehen und hier muss jetzt da muss schon mal der gift kommen aber nein die machen jetzt erst den king okay dann können sie jetzt aber um nein das geht die queen nach da heute ist mein glückstag heute ist mein glückstag jetzt muss auch noch selber gezündet werden und jetzt wird die natürlich da auswandern die wird jetzt dahin wandern wo ich sie nicht hin haben will obwohl die luftabwehr ja die ist hat die die luftabwehr ist noch in ordnung aber der rest ist halt scheiße queen es kotzt mich jetzt naja egal da muss ich jetzt dann irgendwas reißen nur mal gucken wir das machen können vielleicht hier dass wir vielleicht doch noch zur gegnerischen queen kommen aber ich habe jetzt nichts mehr ich habe nichts mehr und dann wird das schon so ein schöner klassischer fail hier von mir naja jetzt ich bin jetzt auch echt ein bisschen wurmig vor allen dingen wie die jetzt gerade gelatscht ist oh mann was ärgert mich das was ärgert mich das aber was willst du machen was willst du machen die der flugweg der loons ist gar nicht mal so schlecht allerdings ist er jetzt auch nicht so gut dass man sagen könnte macht da mal was wir können die queen hier ruhig noch giften aber ich glaube dass das bringt uns alles nicht da hinten ach komm ihr könnt mich mal echt ich verfluche sie immer wieder gerne der angriff wäre echt so cool gewesen auch mit den ballons hier und ich hätte hier unten jetzt noch die prozent holen können ich weiß aber ich weiß ich bin hier sauer echt ich bin hier ich bin jetzt echt sauer erst mal drei kassiert und dann machst du auch noch so ein scheiß angevier weil deine queen meint sie müsste woanders hingehen beziehungsweise ich hätte vielleicht den dass das der king die klanburg holt ist mir auch ein rätsel wieso holten der king die klanburg die ist so weit weg oder haben das die mauerbrecher gemacht die mauerbrecher haben die klanburg glaube ich geholt naja komm so geht so geht diese base aber ich glaube die mauerbrecher haben mir die klanburg geholt ich gucke noch mal gerade rein die queen hat es halt vermasselt das ausgerechnet da reingeht und ja doch die mauerbrecher sind bis hier vorne glaube ich hin und haben dann geradezu die klanburg da rausgeholt natürlich sehr sehr ärgerlich an der stelle aber ich glaube so geht diese base dass du halt ein queen charge machst die queen rausnimmst vielleicht noch die eine oder andere luftabwehr nimmst und dann über diese flanke hier irgendwo mit den loons reinkommst ihr habt ja gesehen die sind schon relativ weit gekommen und wenn die queen da weg gewesen wäre hätte hätte fahrradkette wäre das alles toller gewesen aber egal naja das ärgert mich wirklich maßlos naja egal warum hat meine base 3 kassiert ich kann die ruhig mal liegen ich kann die ruhig ich nehme jetzt eine andere weiße ich nehme jetzt eine andere scheiße war so ein schöner abend und jetzt gehe ich gleich ins bett ok mit hox auch max truppen hier der kollege und geht von der seite rein mit karre ich hätte fast gesagt wäre ich auch glaube ich gestartet ist eine gute start posi um die helden vor allen dingen auch zu bekommen und mit den hocks kannst du einiges reißen 6 magier 25 hockrider gucken wir mal wie er das so geschafft hat ich habe das ich habe die aufnahme ist gerade vor mir deswegen gucke ich jetzt einfach mal da vorne und nie nach unten um mir das graue noch anzugucken hier auch den seine queen läuft jetzt nicht so doll mit pecker da habe ich jetzt nicht so eine tolle tolle clan book dass er da hat er schon mal ein gift geschmissen und wieso habe ich jetzt nicht so eine tolle clan book oder hatte etwas cooles in der clan book kann ja auch sein die jetzt luft resistent ist oder so keine ahnung oder hatte halt ok er zweiten gift dabei zweiten gift dabei und der pecker macht die boah ok der pecker macht die macht die queen weil seine queen ist auch irgendwie kacke gelaufen naja seine queen ist auch irgendwie doof gelaufen jetzt kommt er von hier mit den hocks und macht die base also macht das nicht nach baut vor allen dingen diese base nicht nach ich werde die obwohl manchmal soll man ja nicht verzagen vielleicht muss ich sie nur ein bisschen umstellen vielleicht muss ich sie nur ein bisschen umstellen um das optimum hier rausholen auch hier ist eigentlich doof die hocks teilen sich da er hat hier gar nicht mehr so viele zwei x bögen von mir aber jetzt ist auch der ganze flächenschaden hier ist auch weg und den hat er noch mal schön die pate noch mal schön durchgeheilt da ist noch eine bombe die muss ich vielleicht nur modifizieren weil so schlecht war sie ja jetzt nicht mal gucken aber mein angriff war schlecht mein angriff war doof naja frauen sind immer schuld was willst du machen hat er gut gemacht hier muss man ihm nahtlos anerkennen naja ich hoffe das wird in der scbl nicht so sein dass der mich dass man mich hier so abräumt auch noch einer von da unten war was heißt von da unten wir sind ja auf einer augenhöhe zehn auf zehn hier und mit dem barfuß habe ich auch eine neue base home button ist klar dass er gelegt wurde das ist sein rathaus 8 account also naja okay dann kann ich den auch wieder weg machen kampfgurke hat den genommen okay dann will ich kampfgurke silke mal sagen so geht die wenn deine queen besser geht ist so aber vielleicht macht sie die auch ganz ganz anders mal sehen was noch so kommt ich hoffe aber wie gesagt das ist in der liga nicht so aber es sollte für euch auf jeden fall ein informationsvideo sein wie das ligamäßig hier bei uns bei den herausforderungen weitergeht wie das im klaren deutschland weitergeht und ich sicherlich im discord den einen oder anderen noch suchen werde ich weiß nicht ob wir 15 16 wir planen so 16 17 leute vielleicht sogar 18 leute im klaren de erst mal erst mal ein wenn dann ganz ganz viele anfragen plötzlich da sind der clan steht jetzt auf nur einladung dann vielleicht doch eine 30 aber ich nehme ich nehme da auch nichts kleineres mehr mit ihr werdet ihr werdet keine freude haben daran ihr werdet keine freude haben wenn wir dort liga spielen deswegen spiel lieber da liga auch mit euren kleineren accounts wo ihr chancen habt auf gewinnen also vielleicht nicht den ck gewinnen aber vielleicht die marken machen um so das bestmögliche aus den medaillen rauszuholen also nur kurze info hier am donnerstag freitag samstag sonntag geht's mit mir für euch weiter ich hoffe das hat hat euch trotzdem gefallen live hell ist immer schöne schadenfreude vor allem naja egal habt einen schönen donnerstag bis dahin euer toto tschoko 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 das ist also